Tja, ich konnte die Niederlage natürlich nicht auf mir sitzen lassen, deswegen Match Nummer 2, Warms Armageddon. Genau, und ich würde sagen, um das Ganze ein bisschen spannender zu halten, direkt mal mit neuen Teams. Ja, die Rapper haben es mir auch einfach nicht gebracht. Ich nehme mir Action-Held. Um direkt mal bei direkt dem All-American-Action-Hero zu bleiben, Arnold Schwarzenegger. Schaffst du es auch so richtig zu schreiben? Okay, alles klar. Ich glaube, das ist richtig. Stallone. Willis. Willis. C.Norris. Dolph Lundgren. Ja, ist ein Original-Amerikaner übrigens. Richtig. Ja komm, hier, das können wir auch gönnen. Wie gibt es sonst noch? Wer war alles bei X? Exactly. Jason Statham. Schreibe ich das richtig? Ich hoffe es. Ich glaube, das waren alle Expendables jetzt, oder? Ne, da sind noch, da gibt es noch 28 mehr. Banderas, aber das kann wirklich, oder? Doch, wenn der kein Action-Held ist, Junge. Nehme Banderas, nehmme Banderas, auf jeden Fall. Rado gemacht. Ja, das ist es doch. Flagge, wie soll es anders sein? Wo ist es denn? United States of America. USA. Ne, das ist die Hymne. USA. Okay. Wie wäre es denn mit? Ja, okay. Jetzt wollte ich noch den Warcry vorschlagen, aber... Gibt es den? Ja, der war ein bisschen weiter drunter. Ja, machen wir das doch. Grabsteine, keine. Brauchst du nicht. Die sind alle unsterblich. Na komm, nehmen wir die doch. Ich weiß nicht mehr, was das sein soll, aber bitte. Holy Hand Grenade hat mir auf jeden Fall Glück gebracht. Okay, ja, also ich habe jetzt auch mein Team, meine Teamidee ist nämlich, äh, also, ne, jetzt hast du ja dieses Mal die Typen, die auf hart machen, mit denen habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Ich nehme biblische Charaktere, sagen wir mal, äh... Bibelhelden. Bibelhelden, ja, und da ist natürlich der allererste ist der Abraham. Ja, sehr gut. Ja, Jesus muss auch kommen. Äh, David. 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 Äh, Kain und Abel. Das ist, äh, das ist eigentlich ein Omen für Friendly Fire, aber... Bang, ja. Richtiger Held. Äh, äh... Ja, Josef, komm, den Jupp. Und, äh, ich bin ziemlich sicher, dass er mit F geschrieben wird. Ja, stimmt. Änderst du das bitte? Und, ähm... Ja, kommt Moses. Moses. Ja, sicher. Klaro. Dann auf jeden Fall das Kreuz. Finden wir da was? Also, vernünftigiert oder was. Ja, komm. Und, äh... Zones! I am undone! That's it. Gekauft. Und, äh... Schön. Okay, äh, das war alles bisher nichts. Erst wenn du in den Oriental mal anklickst. Das ist nicht sehr christlich. Ethnisch unsensibel. Wir brauchen eigentlich so eine Kirchenorgel. Das passt gar nicht. Disco-Kick. Egypt. Das würde auf jeden Fall zumindest, äh, und Jesus Christ Superstar und Moses wäre schon mal Egypt passend eigentlich. Aber du hörst doch gar nicht zu eigentlich, ne? Nee, weniger. Und wenn ich was richtig passendes für die Bibel suche, klicke ich auf Luxemburg. Tja, das ist nix. Knock it off. Ja. Dann nehmen wir den doch. Fahne. Hab ich eine. Furchtbar. Komm, nehmen wir doch das hier. Black Cross. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendeine Geheimsekte. Vor allem ist das Kreuz kein bisschen schwarz. Also sehen wir das, was ich vordergründlich sehe. Okay, das ist grün. Aber egal. Also Bibelhelden. Ja. Verlassen. Dann Einzel- oder Multiplayerspiel einrichten. Nimmst du jetzt bitte eine Karte, die nicht mega scheiß ist. Die zum Beispiel. Da kann man nicht irgendwo eingeschlossen sein. Die sieht ganz gut aus. Ja. Dann Actionhelden gegen Bibel. Nee, gegen. Du wählst immer die falschen Teams, ne? Ja, das ist, das ist so ein Gimmick, was ich mir angeeignet habe. Ah, ich, ah, fuck, ich hab, was hab ich jetzt als, äh, Waffe gewählt? Und dann, los geht's. Du bist dran? Alles klar, Abraham ist dran. Und wie könnte es anders sein, als dass er sich direkt mal den guten alten Stallone vornimmt? Ich muss jetzt mit dieser Folge meinen Aim verbessern. Jawoll. Das ist hier, äh, die Worm, das ist das Worms-Äquivalent zu einem Close-Quarters-Death-Match. Ja. Das heißt, jetzt tritt Schwarzenegger an gegen Diverse. Alles klar. Hier ist alles Tempo drin in der Runde. Was ist denn das Tempo drin in der Runde? Das ist ein Leap of Faith. Ja. Super. So, jetzt, äh. Let's läuft gerade eine Minute, das erste furchtbare Wortspiel schon auf dem Weg. Oh. Jetzt wird sich direkt mal schräg nach unten gebloat. Ja. Alles klar. Ich kenne das nicht aus der Bibel, als sich Jesus durch den Fels schlug, um sich selbst zu beerdigen. So. Ich glaube... Willst du doch keine Frauen schlagen, oder? Ich glaube, nein. Ich glaube, Abraham gibt dir eine 1a-Vorlage. Gleich. Feuer! Au! 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 Arschloch! Au! Alter, 2 HP hat der noch. So. Ich habe ehrlich gesagt selten einen besseren Moment zum Einsatz des guten alten Dynamids gesehen. jawoll so verdammt selten eine bessere gelegenheit gesehen das war die richtige vokabel glaube ich was der für einen krassen grip hat also auf jeden fall nicht mehr arschloch habe ich schon mal gesagt abrahams ritueller suizid kennen wir auch aus den medien aus den medien und aus der bibel kein ist natürlich jetzt auch wieder ein klassischer fall für die lötlampe ich möchte diese runde ein bisschen auf sicher spielen nachdem die letzte eher ungelungen war ungelungen und das ist das ist das richtige wort ungelungen ich würde fast behaupten dass man sich erhängen sollte das ist eigentlich sehr unrealistisch chuck norris sollte unbesiegbar sein da lacht er der chuck verdammt die geht wohl einfach nicht los alter ich bin hier gefangen gefangen josef komm gefangen im banderas trichter komm jub make it effort ok wer ist denn dann noch antonio banderas nur oder ist dann noch wer weiß ich nicht ich mach jetzt mal kneipenschläger style einfach mal voll rein man kann nur den richtigen treffen und josef verkloppte antonio banderas und sich selber ne du als abel das war ein minusgeschäft das war der ganz klassischen sorte ehrlich gesagt und jetzt ist auch david noch tot verdammt das kann man glaube ich relativ simpel lösen kann die mal explodieren hier die mine alter oooh mir scheint es als hätten wir den spruch heute schon mal gehört what create from yonder window breaks also immer deshalb weiß ich das fucking dynamit schon verbraucht okay in dem fall wird es zeit für die geheime nicht geheime da geht da silvester fliegen so und wie viel haben die anderen jetzt verloren das muss man ganz eben gucken moment moment was mich doch mal ich muss doch hier oh wei oh wei oh wei oh wei oh wei warum muss der biebelkreis doch so eng zusammenhängen ist echt den hat sie eigentlich erwischt schon wieder vergessen so jetzt wird erst mal der gute alte banderas versenkt verdammt ist das möglich ich habe das ganz dumme gefühl dass willis gleich vor keinen dran ist und dann ein massaker anrichtet so diese typischen sätze die man immer wieder hört trotz miserablen aim wird das ein kill gewesen sein meine güte wenn die schon eine sprache anbieten hätte ich doch also ich persönlich hätte mir die mühe gemacht mehr als ein sample einzusprechen dann hast du nie deines die worriers gespielt ok da kannst du jetzt wenigstens my blade strike again antonio banderas ok da kannst du jetzt schon mal nicht das dynamit oder sowas einsetzen weil du dich den bruce willis nämlich mit mitnehmen würdest mit mitnehmen verstehen sie ich habe ein bisschen spaß mit keinem glaube ich mal gucken wir jetzt den hatten wir noch nicht okay ja ich denke es wird einen klassischen luftangriff geben auf jet lee vielleicht trifft äh dolf hier auch was ah fuck warum kommt der von links so ein scheiß ich glaube das ist mit napalm verwechselt möglich ja ich kann dann muss mir das spiel doch irgendwelche hinweise geben oh gott weißt du was jetzt wird tschak mit sterben ja und schwarzen ecker genauso oh gott sehr gut das war's auch für tschak ja an der stelle gratuliere ich dir ganz herzlich zum bistatu dümpfsenruf und wenn du geneigter zuschauer dir jetzt mal die letzte folge ansiehst dann wirst du wissen dass dieser titel nicht ganz leicht verdient ist so wenn du dir auch mal überlegst dass ich immer noch führe ja das ist ja nur reines glück ja oh man warum komm ich denn da nicht lang 38 wo ist die gewehr da ist die gewehr gramatik optional au au raar hauck lass die schottischen kremen das ist mir aber eher der schottische akzent au oh nee ich möchte nicht mit gesprengt werden beim begräbnis raar hauck lass die schottischen kremen trotzdem wegetan Scheiße. Einige gewinnt man, einige verliert man. Ich werde dir auf jeden Fall ein Massaker anrichten. Oh wei. Junge. Ja. Verdammt. Zwei von deiner Sorte, von deiner Sippschaft. Kain und Josef. Die ist pervers, die heilige Granate. Yes, it is. Sarah, kennst du die Art der Krieg? Gut gesagt, mein Herr. Okay, Moses. Make it count. Wie ist denn der... Wind geht ein bisschen nach rechts. Der Wind, okay. Ich probiere es einfach mal. Vielleicht kann ich dich ja versenken. Spot on. Äh. Scheint es mir angebracht zu gratulieren. Das ist das Unausweichliche. Ein wenig Noch Verschoben. Jawoll. Jawoll. Jason. Ach. Tja, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie durch dumme Kommentare hervortun, aber es scheint, es ist eine höhere Macht mit mir. Und die würden mir jetzt auch helfen, diesen... Nein, komm. Ich nehme das Ninja-Seil. Der Ninja. Nodonke, 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 my kingdom for Nodonke. Warum? War das jetzt friesisch oder ein englischer merkwürdiger Akzent? Südaramäisch war das. Okay. So, jetzt kommt der Rückzug in den guten alten Stollen. Und in den letzten 10 Sekunden ein klassisch getimter Napalmangriff auf den... Jet. Oh, Jet. Nichts Persönliches. Strictly business. Ja. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen, es ist um Zeit mal in der Gegend rumzudodgen. Ja. Weißt du, was du vorhast? Ja. Alter, was ist das für... Ich weiß nämlich, dass du jetzt überhaupt keine... Möglichkeit mehr hast, mich da zu erreichen, wenn ich das hier mache. Und deswegen... Bleiben wir ganz einfach hier und springen in die Runde. Ich habe gar keine Möglichkeit, dich zu erreichen. Doch. Bist du 100% sicher? Doch, mit Moses. Ja. Das möchte ich doch meinen und auch hoffen. Rakete, Mörser, Bazooka... Ne, die Rakete ist tatsächlich das... Hör mal, Jet. Ich will nicht... Ich will nicht orakeln, aber das könnte es gewesen sein. Verdammt! Könnte. So, und jetzt demonstrieren wir dir mal, wie man das richtig macht. Danke. Yes. So, dann demonstrieren wir mal, wie... Ne, das mache ich jetzt nicht. Wo ist der, äh... Der Bohrer? Ich bin so nett und komme dir entgegen. Das ist schön. Oh. Damn. Oh, verdammt. So, äh... Dolph nun Kino Jetli gegen Jesus. Ja. Auch wieder mal ein Match, das ich so nicht habe kommen sehen. Was mache ich denn jetzt am klügsten? Ich weiß was. Ich hau ab. Äh, äh... Anders als das historische Vorbild habe ich nicht Lust, diverse Wangen hinzuhalten. Hm. Ja. Ja. Gut. Meine Strategie ist... Nunmehr, wie sage ich das, wechselhaft. Teleportiere dich doch hinterher, wie wäre das denn? Oh Gott, trau dich einfach. War ja auch. Guck mal, ich habe dir eine Möglichkeit gegeben, in die Partie nochmal ein bisschen Spannung reinzubringen. Was machst du? Du langweilst mich, dich selbst, den Zuschauer und bist generell einfach nur eine nutzlose Plage. Ja. Komm jetzt. Meine Güte. Jesus. Ja, Jesus sprang über den Feuercontainer und versagte. Oh Leute. Oh Leute. Warum? Warum? Wie war das eben mit der dümmsten Aktion des gesamten Spiels? Warum? Wirklich? Es war ein Sicherheitsabstand. Oh Gott. Und jetzt habe ich auch noch einen Schuss verschwendet. Ja, dann würde ich sogar sagen, mach das doch einfach nochmal. Du darfst einfach nochmal. Ich weiß es nicht. You are a god. Hat er das tatsächlich gesagt? Ich weiß es nicht. Right you are. Dolph. Äh, ja, was, was, was ist denn hier los jetzt? Das ist auch alles so gefährlich hier, ne? Das ist wirklich. Mit dem Nin. Äh, nein, ne? Warte. Nein. Verdammt. Oh Gott. Danke. Abbruch. Abbruch. Spielabbruch. Ja. Jetzt nochmal in aller Glorie. Steht 2 zu 0 für mich. Ja. Are you even trying? Vielen Dank auf jeden Fall. Wird fürs zu sehen des zweiten Matches. Nie wiedersehen. Mission accomplished. Jack, Jetly, Jetlag und Dolph Lundgren. Bis dann. Bis dann.